Hi, ich heiße Andrea und das ist der Coin Couch. Hallo zusammen und willkommen bei der Coin Couch. So, hinter mir sind alle die Münzen hier für dieses Monat EMKs Münzen-Videos. Das sind die Produkte-Videos und Unboxing-Videos auch, aber heute der Coin Couch zeigen euch etwas. So, machen wir unsere Latex-Handschuhe an und los geht's. So, heute schauen wir auf diese Große hier und die Spiegel. Okay, so haben wir alles hier noch mal rein gepackt. Wir können das zu sehen, wenn wir anfangen. So, hier auf der Seite haben wir 2020 Australian Olympic Team. Offensichtlich, das ist die Australische Olympia Team 2020. Und ich muss sagen, dieser Motiv hier außen, Mann, das gefällt mir. Ich finde das so ein tolles Konzept, dass wir anfangen hier mit dem Papier und benutzen wir ihn ein bisschen Origami machen, ne? Und langsam, 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 da kommt ein echter Koi-Fischer da, ne? Und der Koi-Fischer ist sehr, sehr wichtig für Japan offensichtlich, aber auch für die Olympischen Sporten, ne? Sport. Das ist echt cool. Das Mann hat Mut und Kraft. Und das ist, was der Koi-Fisch-Symbol bedeutet. So, fangen wir an. Leute, ich muss sagen, das ist echt, echt schwer. Ja, hallo, tatsächlich, das ist ein Kilo, ne? Aber ehrlich, boah. Crazy. So, hier sind wir. Royal Australian Mint. Und was da? Sie sind wohl da, ne? Sehr schön. Hier haben wir ein bisschen... Das ist sicher ist, weil hier sind der Schöner Schöner Holtz-Box. Die Schöner... Oh! Boxes von Ramm. Nein, das ist schwer. Und Loose Gait. Okay, so... Oh! Here we go. Na? Hier sind wir ja... Auf dem Weg. So, hier, da gibt's der Certificat. Na? So, vielleicht ganz kurz. Schauen wir auf die Certificat. So, hier. Man kann sehen, das Nummer neun ist. Und die andere Seite. Das ist die Schöner Designer. Die King. Und ich finde der, wie ich hatte vorher gesagt, diese Koi-Konzept echt, echt cool. So, sehr gut gemacht. Die King. So, wie ich hatte vorher gesagt, das ist ein Kilo. 30 Australian Dollar. Und... Das ist nur 50 Mal. 50 Mal von dieser Münze geprägt. Sehr cool. So, schauen wir jetzt auf dieses Münze. Mano. Kommt das raus? Oh, ehrlich. Mano. Ja. Ich bin kein Olympischer. Oh, Frau. Oh, hier sind wir. Toll. Okay. So. Ein Kilo. Und da sind nochmal die Koi-Fischer. Aber das ist sehr cool. Papier. Ein bisschen Koi-Fisch. Ein bisschen mehr Koi-Fisch. Echt Koi-Fisch. Und dann die sportliche Mensch, das schwimmt. Ich bin das echt cool. Nochmal da. Ich sag australischer... Australiisches. Australiisches? Entschuldigung. Olympia Team. Und 30 Dollar ein Kilo. Punkt 99 Silber. Und hier oben haben wir die kleine Australien Symbol. Olympischer Symbol. Das ist bestimmt für Japan, ne? So. Die andere Seite. Oh. Das gibt Königin Elisabeth II. Und zwei. Und. Sie sieht großartig, oder? Sehr schön. Na, nein. Ja. So schön. Echt. Echt. Tolle Mund. Und was gefällt mir auch? Die kleine Dark Heist. Überall mit dem Wasser. Guck mal. Guck mal. Ob die Leute das schwimmt. Sehr schön. Und hier. Hinten den Koi. Ehrlich. Sehr gut gemacht. Guck mal. So. Ich hatte noch etwas. Wollte ich Ihnen sagen. Ich nehme was hier raus. Diese Ding. Es gibt eine Ding hier. In der Karton. Alles gut. Das ist nichts. Ich lege auch. Und. Was ist dazu? Dazu. Ein bisschen Metaller hier. Guck mal hier. Auf die Rückseite. Jetzt gibt es diese kleine Locks. Die Locke. Man kann. Ich nehme es hier. Mal machen. Offensichtlich wir hatten es zwei. Aber. Ich lasse das da dieses Mal. Und man kann. Ein Stern. Warte. Für die Münzen. Sehr schön. Sehr schön. So. Machen wir das raus nochmal. Ups. Entschuldigung. Und. Wir machen das hier. Und. Wir gehen von. Ein großer Munch. Zu. Zwei. Kleinere Münzen. Jetzt ist es Zeit für die kleinere Münzen. Und. Fangen wir an. Mit der Silber. Ja. des. Ochsen. Sehr lieb. Und. Ich muss. Ich muss sagen. Der Ochsen. Sieht sehr. Schön aus. Wie süß. Und. Das ist. Eine vierte. Und. Silber. Und. Wissen wir noch nicht. Wie viel. Geprägt werden. Wissen. Wir wissen. Das. 25 Cent. Und. Ein schöner. Kleiner. Munz. Nächst. Kommt. Der Gold. Oh. Wie lieb. Ne. So. Mit der Gold. Wissen wir. Das ist schön. Schon. 20.000. Von dieser Gold. Schon geprägt. Und. Das ist. 15. Australien. Dollar. Und. Ein. Cent. Aus. Uns. Entschuldigung. Gold. Sehr lieb. Ne. Das ist immer nett. Wenn man kann. Diese kleinere. Munzen. Halten. haben. Ne. Normalerweise haben wir immer. Ein uns. Silber. Ein uns. Gold. Aber diese kleine. Die gefällt mir sehr. Und das ist besonders. Wenn man. Hat nicht so viel. Nicht so viel. Geld haben. Aber man möchte. Trotzdem ein bisschen. Gold haben. Das ist immer schön. Bei die kleinere. So. Das ist unsere Münzen für heute. Oh. Die größere. Und die kleinen da. Schön. Schön. So. Das ist fertig. Für heute. Leute. Wenn jemand. Möchte. Etwas. Auf diesen Tisch. Schauen. Es gibt mehr Videos. Bei EMK. Das sind die Produkte Videos. Und auch. Am Boxing Videos. Und. Man kann auch. Mehr Münzen. Sehen. Auf EMK. Facebook. Instagram. Und. TikTok. Und. Ich habe gehört. Dass. Der gibt. Ein besonderes. Mensch. Aber. Dankeschön. Für's Zuschauen. Und. Bis nächstes Mal. Ciao.